Hi Jürgen. Das ist eine VA zu deiner Challenge. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Kanal. Du hast einen richtig geilen Kanal. Ich mag deine Touren total gerne. Vor allem wie lange du unterwegs bist. Du sagst, ich bin jetzt kurz unterwegs, ich bin eine Woche unterwegs. Ganz ehrlich, für mich ist das schon ziemlich lange. Ich war noch nie so lange draußen. Deine Touren mag ich total gerne. Deine Wolkenbilder, muss ich ehrlich gestehen, oder deine Wolkenvideos, habe ich noch gar nicht angeschaut. Aber ich habe in den letzten Wochen ein bisschen gesammelt für dich und ich zeige dir jetzt die Bilder, die ich gemacht habe in den letzten Wochen von dem Himmel, von den Wolken. Das hat mir richtig Spaß gemacht, aber ganz ehrlich, eine Erklärung dazu wirst du von mir nicht kriegen. Ich kenne mich damit einfach nicht aus. Gut. Ganz kurze VA für dich. Ich hoffe, sie gefällt dir. Du hast einen tollen Kanal. Mach weiter so. Alles klar. Viel Spaß mit den Bildern. Alles klar. Viel Spaß mit den Bildern. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020